Frag nicht wie und der letzte ne ist nicht der letzte natürlich nicht warum auch sehr zu einfach aber jetzt alle separatisten Flugzeuge voll zerstört für einen Stoppstand niedrig bitte um Erlaubnis zur Basis zurückzukehren negativ separatisten Truppen haben vor einer halben Stunde den Flugplatz von Kuzkov-Kaia angegriffen seitdem meldet sich der Kommandant der Basis nicht während wir in den Bergen kämpfen haben die separatisten überraschung dann griffe auf unsere Militärbasen gestartet und wichtige Kommunikations- und Versorgungsstandort der Europa wir haben die Kontrolle über das Gebäude ist verloren die Regierung in Moskau ist in Panik sie hat den fälligen Rückzug aus der Region angeordnet wie lautet Ihr Befehl wir sind kampfbereit wir brauchen nur Treibstoff danke Denizov wir brauchen jedes verfügbare Flugzeug für den Rückzug weitere Luftunterstützung aus dem Norden müsste jeden Moment eintreffen Ihr Befehl lautet sich mit Ihnen zu treffen und schnellstmöglich nachzutanken keine Zeit verlieren Oberst die Tankflugzeuge bleiben nicht lange bei der Formation Tankflugzeug Klasse tanken Sie ihr Flugzeug noch na klasse in der Luft na das kann ja was werden ich kenne mich doch könnt wetten ich ram das noch und dann bin ich noch sehr am Matsch das ist nicht alles so weit weg wäre immer das ist immer am Arsch der Wild alles 808 hier spricht Tankkontrolle gehen Sie hinter Tankflugzeug in Position der Schwindigkeit anpassen er muss ja durch irgendwelche Ringe durchfliegen was hier kannst du wieder vier drücken ok 26000 und dann musst du vier drücken und dann wirst du dahin geleitet oder es ist einfacher irgendwie durch die drei durch die Vierecke zu fliegen als ein Vorgänger habe ich dir das Gefühl keine Ahnung das Spiel kommt mir so ein bisschen langsam vor oh warte mal ab ich fliege durch einen Ring jetzt glaube ich ach so das ist so das Flugzeug ich will tanken jetzt machen wir hin hier ach scheiße sieht gut aus 808 jetzt ist das Flugzeug in Ihre Maschinen näher heranzubringen ach du scheiße alter ich muss jetzt genau an den ollen Nibbel da ran das kann was werden das krieg ich ja nie hin bei mir ist Autopilot ich kann nur mit L und R ja ist schon richtig du kannst aber auch mit dem linken Stick dich bewegen und hoch und runter du hast dann eine ganz normale Steuerung ok Autopilot jetzt muss ich da mit dem ollen Nibbel an den Nibbel du mich verarschen ja aber der zoomt ran der zoomt ran die Kamera zoomt dann alter jetzt soll ich da in dieses olle kleine Pisselding darin oder was okay ich bin ich bin einfach aber er hat er hat nein nicht vorbei fliegen rein in das Ding was ist es und ich bin drin Druck wird angepasst Treibstoffabgabe beginnt Treibstoffabgabe beendet Freie aber auch 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 Du willst doch hier völlig verarschen, oder? Das ist echt kacke schwer, Alter. Leck mich am Arsch. Oh, da sind schon wieder die ersten Ziele. Ja, klar. Wieder am Arsch der Welt sind. Boah, wie klug. 15.000 Kilometer oder so muss ich fliegen. Meter, nicht Kilometer. Hier spricht 803, haben zwei in südliche Richtung auf dem Radar. Wir werden zum Abfangen. Alle Maschinen auf einem geschehenen Gehalt gehen und Feuer frei. Der will nicht sterben. Der will nicht. Die haben Flares, die Säcke. Anscheinend unendlich. Also muss ich die Bordkanone nehmen. Klasse. Willst du mich verarschen? Ja, aber die fliegen schön gleichmäßig. Also kannst du schön hinterher fliegen und drauf rotzen. So. Die fliegen nicht gleichmäßig. So. Komplizion den ersten weggerotzt. Ziel verfehlt. Nein! Zerstört. Ich hab gestört. Ich hab gestört. Nimm. 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 Ich werde nicht zulassen, dass irgendein Politiker das anzweifelt. Wir ziehen uns zurück, versorgen unsere Wunden und begraben unsere Toten, die ins russische Tradition ist. Dann, wenn die Zeit reif ist, klagen wir zurück, glauben wir. Der Krieg hat gerade erst begonnen. Ich hätte mir das Tango sparen können. Warum? Ja, Ende. Ab nach Hause. Ja, und jetzt? Ist das vielleicht mal irgendwas? Tschüss nicht, es kommt ein Video, natürlich. 24 Stunden später. Ne, 22. Ken und David Quencho. Missing Action. Ich schildere Ihnen die Lage, Major. Ja. Das Geschwader, zu dem Sie stoßen, wurde gestern beinahe ausgelöscht. Der CO hätte Sie gern selbst im Geschwader begrüßt. Aber er wird gerade operiert und der XO ist tot. Die Rebellen haben den Angriff gut geplant. Allein unsere Einheit hat fast alle Flieger und 90% des Personals verloren. Wir fliegen heute Abend eine wichtige Mission. Eine unserer Piloten wurde beim Angriff auf die Basis abgeschossen und von den aufständischen Truppen gefangen genommen. Abgefangenen Mobilfunkgesprächen zufolge wurde er in die Wüste gebracht und soll vor Tagesanbruch exekutiert werden. Ein Special Forces Team wird Colonel Crenshaw da rausholen. Sie fliegen eine AC-130 zur Luftunterstützung und ich koordiniere die Operation aus einem Airwax-Blood. Okay. Okay.